Moin Leute, heute fühle ich mich wie ein richtiger Influencer, aber nicht vergessen, ich bin die Krypto-Influencer. Ich bin hier auf der Konferenz in Dortmund, einer wahrscheinlich eher unbedeutenden Krypto-Konfi, darüber wird Roman aber selber berichten. Und vor ungefähr neun Monaten, als ich an Bord von der Bliadversity gegangen bin, da gab es ein Private-Video-Call von Roman, da war ich völlig geflasht. Der Bart spricht zu mir. Aber ich war total unvorbereitet und wusste nicht mehr, was ich fragen sollte. Das war mir sowas von peinlich. Ein geführtes Gespräch ist übrigens viel schwieriger und deshalb geht heute ein Interview mit vorbereiteten Fragen. Wir sind gespannt, aber vorher muss man erstmal den Bären besänftigen und deshalb habe ich natürlich Gastgeschenke dabei. Fangen wir mal an. Ich weiß, der Mann ist ein Comic-Fan. Und das hier ist ja meine Hood, ne? Seht ihr hier, die Watchmen. Und wenn du das selber gelesen hast und nicht mehr sammelst, dann kannst du das in der UCC verschenken. So, das war die Nummer eins. Und die Nummer zwei, das ist natürlich mein persönliches Werk, das muss schon sein, mein kleines Büchlein über das Leben in den Hamburger Gängevierteln. Ein zeitgenössischer Bericht aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. So, das war jetzt mal der offizielle Teil. Das sind ja die, die samm alle Ausgaben, gell? Das ist ein Werk, das ist eine Geschichte, das ist ein, das ist ein Werk. Das sind nicht die Einzelnen, sondern alles in einem. Das ist alles drin, ja. Und das ist auch echt anstrengend, weil es sind viele Seiten und viele Bilder. Ich habe es nie gelesen. Auf Deutsch. Sehr gut. Ja, auf Englisch ist eine Qual. Also, ich habe mir ja extra den super Merchandise-Artikel gemacht hier. Guck mal hier. Ich lese es durch und dann verschenke ich es. Ja, genau, so machen wir es. Ja. Okay, so. Dann müssen wir das beide auch signieren. Wir beide auch noch. Das machen wir. Das machen wir. Das ist eine Frage, das machen wir. Von uns beiden später in die Community reingehen. Ja. So. Also, jetzt kommen meine Fragen. Ah ja, bitte. Ähm, Roman, wenn man dir folgt, dann kennt man hier nur so deinen Social-Media-Charakter. So ein bisschen ordinär, laut, launisch, sarkastisch. Für viele bist du hier sogar der Boss und der Meister. Wie erlebst du diesen Personen-Cold um dich? Und was sollen wir alle tun, wenn du mal keinen Bock mehr hast? Oder wenn was Tragisches dazwischen kommt? Shit happens. Ich habe jetzt schon keinen Bock muss ich sagen. Wenn ich angefangen habe, hatte ich schon keinen Bock gehabt. Aber man schleppt sich so mit. Und schlussendlich mache ich das, was ich mache, grösstenteils nur für mich. Es hilft mir, Sachen zu überdenken. Es hilft mir aber auch, gefühlelos zu werden. Ja. Darum geht es. Es geht genau darum. Es ist für mich, Social-Media ist für mich eine Sprachtherapie. Mit sich selbst. Es geht einfach darum, Sachen bei Namen zu nennen, sich darüber aufzuregen, es zu sagen, es zu tun und es loszulassen und dann in die Resonanz mit da draußen zu kommen, mit der Community, mit den Leuten. So. Aber wenn was Tragisches dazwischen kommt, mein Gott, dann ist es halt so. Leute kommen... Aber du hast jetzt nicht extra deine Nachfolge geregelt oder so. Also das ist jetzt nicht ein Projekt... Warte mal, warte mal. Du meinst jetzt in Bezug auf Crypto-Space-Fleet? Muss jetzt erstmal die zweite Frage kommen. Genau. Wer war zuerst da? Die Space-Fleet oder die UCC? Ist das alles ein großer Plan? Also mit der UCC, eine Fanbase gründen, dich als Guru und ein paar Space-Fleet-Members als Influencer, um deine kommerziellen Projekte zu platzieren? Oder bist du doch, wie ich immer noch im Prinzip hoffe, so der Robin Hood, der Anarchist der Crypto-Szene? Alles. Also wir tragen alles in uns inne. UCC war vor der Crypto-Space-Fleet. UCC haben wir damals mit einigen Influencern gegründet. Da war zum Beispiel Crypto 1&1 mit dabei. AK Astro Kryptonaut. Der musste sich dann aber auch umbenennen. Crypto Knowledge ist immer noch dabei. Der ist auch Eigentümer der UCC. Wir hatten Xani gehabt. Der macht jetzt weniger Konten. Mittlerweile sind da aber auch andere Leute dazu gekommen. Wieder Lito, aus TikTok bekannt. Übrigens, er hat eine sehr, sehr gute Trading-Gruppe. Jeder, der mit Trading anfangen möchte, solle sich bitte bei Lito melden. Er hat Top-Content. Ich glaube, du bist auch bei dem in der Gruppe. Ich bin da gelistet. Der macht echt gutes Zeug, genauso wie Crypto Germany. Also UCC. Und der Schlacht-Team, muss ich mal sagen. Jürgen Schlachtner, mit der achten Namen. Der hat eine geile Hilfegruppe. Das kenne ich wiederum nicht. Das kenne ich wiederum nicht. Ich bin da auch wiederum auch zu sehr in meiner Bubble drin. In meinem Keller, in meinem geistigen Keller. Um da beim Plato zu bleiben. Ich bin in meiner Höhle mit meinem Schattenspiel. Ich bin glücklich und zufrieden damit. Verstehe. Und die UCC hatte nie den Anspruch gehabt, meine Gruppe zu sein. Ich wollte einfach nie eigene Krypto-Gruppe haben. Ich supporte die UCC. Ich lade immer wieder gerne andere Influencer dazu ein. Wir haben bei UCC einen Bereich Influencer Support. Da kann jeder Influencer sein Content reinhauen. Solange das kein Betrug ist, bitteschön, ist jeder willkommen. Krypto Space Fleet ist aus der Idee entstanden. Das ist ja die geschlossene Gruppe. Das ist der erste deutschsprachige, dezentrale, NFT-basierende Investment Club. Und eine Agentur ist entstanden mit der Idee, Gelder einzusammeln und mit diesen Geldern in Launchpads zu investieren, um in die Coins vor dem Börsengang, vor dem Listing reinzukommen. Ist durch den Bärenmarkt schlechter gelaufen, alles gedacht. Dafür läuft es aber dann mit dem Agenturen-Business, wo wir Menschen, wo wir Firmen helfen, Reichweite auf den sozialen Medien zu erhalten. Und eines Gegenzug gibt es dann eher Drops an die Krypto Space Fleet. Jetzt kommen wir mal zu SintBad. Die SintBad KI ist ja ein kommerzielles Produkt. Ja. Also, ob das wirklich eine KI ist, die selbstständig lernt, kann ich noch nicht beurteilen. Da kommen bei, so schätze ich im Moment, 500 zahlende Benutzern im Monat 10.000 Euro rein. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Da kann man einen Entwickler und die Fixkosten vielleicht mit abdecken, die gerade mal eben. Die Abo-Zahlen waren auch schon mal besser. Wie ist denn deine Einschätzung und dein Ausblick für SintBad? Und warum veröffentlicht ihr nicht alle Hinweise und deren Ergebnisse vor allen Dingen auch als Tabelle, als XLS? Dann könnten wir alle einen viel besseren Überblick über das ganze Ding, also zumindest unterschieden nach Telegram, Twitter und YouTube bekommen. So muss ich jedes Einzelnen auf Deck-Screener verfolgen, mir den Chart angucken, wie ist das gelaufen und meine eigenen Schlüsselposten. Momentan besteht ja bei, also SintBad für diejenigen, die es nicht kennen, kurz mal rausgeholt, beobachtet hunderte von Telegram-Gruppen, hunderte von Twitter-Accounts und hunderte von YouTube-Accounts. Und die Idee dahinter ist, Influencer sind bezahlte Muten, die von Projekten dazu motiviert werden, Sachen an den Mann zu bringen. Und je mehr Influencer hinter einem Projekt stecken, desto eher pumpt das Projekt. Also du brauchst Leute, die ein Projekt in die Außenwelt tragen. Ich habe zum Beispiel heute mit jemandem gesprochen, hat ein sehr interessantes Projekt. Keiner redet über das Projekt, keiner kennt das Projekt, das Projekt ist scheißegal schlussendlich. Erst wenn die Leute anfangen darüber zu reden, wird es interessant, bekommt es die Aufmerksamkeit und bekommt auch den Cash-Zufluss. Weil Krypto funktioniert in der Summe. Das gesamte Krypto-System funktioniert nur so lange, bis morgen jemand aufsteht und bereit ist, dir den Scheiß, den du schon heute oder gestern gekauft hast, abzukaufen. Du brauchst immer frisches Geld, um die grünen Kerzen zu bringen. Diese grünen Kerzen werden von Influencern erzeugt. Viele Menschen sind in der Gefahr, von einem Influencer oder von zwei, drei Influencern abhängig zu sein. Und Sinbad schafft hier einfach einen globalen Überblick über alles, was relevant ist. Ja, es gibt Projekte, die er nicht erfasst, aber es geht statistisch darum, welche Influencer, welche Gruppen haben die besten Projekte bis jetzt statistisch herausgefunden. Zu gucken, zu beobachten, da kommt die Künstliche Intelligenz ins Spiel. Die Künstliche Intelligenz analysiert und schätzt die Inhalte ein und gibt sie einem raus. In Kurzform sagt, okay, das und das Projekt wird auf Telegram da und da besprochen. Bei Twitter werden mehrere Twitter-Twits durchgelesen, mitsamt Kommentaren zusammengefasst. Also sage ich mal aus 20, 30 Nachrichten wird eine gemacht, aber das müssen 20, 30 relevante Nachrichten sein. So, bei YouTube ist es so, drei Influencer weltweit sagen, dass Bitcoin steigt. Er sucht sich einen deutschen Influencer aus, der dieselbe Theorie vertritt ungefähr und sagt, okay, hier hast du einen deutschen Content. Und dann musst du das Video dir nicht angucken, sondern das wird immer kurz zusammengefasst. Also die KI ist nicht eine in der Form, dass wir mit ihr irgendwie reden können. Dafür hast du Chat-GPT-Bullshit. Die KI ist dafür gedacht, diese Masse an Informationen zu verarbeiten und möglichst interessante Trends zu erkennen. Ich verstehe das, ich verstehe das. Das ist ja auch schon ganz oft genug in allen Gruppen überall, wir sind bei dir erklärt worden, gesagt worden. Aber meine Frage ist wirklich, kann ich die Daten nicht als XLR haben oder zumindest die ganzen Resultate, die ihr veröffentlicht? Nicht mit dem Dev reden wollen wir momentan seine ganze Pipeline auf Telegram. Der macht das alles auf Telegram, der hat, ich weiß, er hat Tools dazwischen geschaltet, die ich auch zum Beispiel privat nutzen kann. Er hat so Tools, die ich selber, wo ich Links reingebe oder Keywords eingebe, ich da Analysen kriege. So, das weiß ich, er hat dann nochmal Tools, die dazu, also diese Tools, die diese Daten analysieren, die kann ich nochmal selber per Hand ansteigen. Aber auf die Ergebnisse, die der da rausgibt in Telegram, da habe ich keinen Zugriff drauf. Das bedeutet, er könne eigentlich das irgendwie nochmal neu verarbeiten, nochmal neu zusammenfassen. Das würde noch viel mehr Möglichkeiten eröffnen, wenn ich zum Beispiel feststelle, und am Anfang habt ihr das bei den Sinbad-Zusammenfassungen mal so eine Zahl genannt von 72% Trefferquote, dann könnte ich wie im Casino zehnmal auf Rot setzen, dreimal verliere ich, siebenmal gewinne ich, habe ich 40% Gewinn gemacht. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich jeden Einzelnen selber nochmal recherchieren muss. Da sitze ich ja heute, haben wir am Tag 100 solcher Empfehlungen über alle drei Kanäle. Das schaffe ich nicht. Es kommen noch mehr. Es kommen noch mehr. Ich habe jetzt mit dem Entwickler, stehen wir wiederum im Gespräch, eine neue Funktionalität rauszubringen. Das kann ich schon mal vorab ankündigen. Ihr kennt das, ein Coin steigt, er fällt und ist erstmal tot. Da passiert wochenlang, monatelang nichts. Und dann tut es schon. Der erste Herzschlag. So viel Zeit habe ich meistens nicht. Und vor allem keine Liquidität mehr. Ja, aber meistens ist es ein Influencer, meistens ist es irgendjemand, der den Coin pushen will. Und da geht es recht schnell. Zack, 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 geht es wieder hoch, dann wieder runter. Und genau diese Erkennung möchte er auch reinbauen. Er tut sich, ich sag mal so, der Mann tut sich schwer, er gibt sich sein Bestes. Aber mit den Umsätzen, die wir da fahren, ganz ehrlich. Also es ist kein OpenAI Unternehmen mit 300 Mitarbeitern oder 1000 Mitarbeitern finanziert. Ist mir völlig klar. Wir nutzen auch OpenAI, muss ich auch ehrlich sagen. Wir nutzen OpenAI, weil OpenAI auch da die Textanalyse hat. Ja, weil da kommt halt auch OpenAI, viele Leute haben auch geschrieben. Ja, das ist einfach nur irgendwie ein Wort der Scheiße zusammenfasst. Auf den ersten Blick, ja. Ist irgendjemand, aber lassen wir mal, wir wollen das. Aber dahinter ist Zeug was, was es, naja, egal, weiter. Anderes Thema. Oh ja. Über den Bitcoin redest du so in meiner Wahrnehmung häufig eher abfällig. Wie ich finde auch über die Leute, die den Bitcoin kaufen, oder verstehe ich was falsch? Ist der Bitcoin nicht sowas wie eine Leitwährung, der alle anderen Projekte irgendwie folgen? Und mir persönlich fehlt da wirklich mal so eine nachvollziehbare Analyse. Kannst du es mal ohne Sarkasmus erklären? Und muss ich einen Bitcoin-ETF anlegen? Wie es ja viele Leute, junge Menschen sind, die langfristige Anlage suchen, fürchten von zum Beispiel BlackRock wirklich abgezockt zu werden. Wenn sie in so einen Bitcoin-ETF reingehen. Dr. Manhattan hat die Macht, die gesamte Geschichte dieses Buches, das, was hier passiert, nicht existent zu sein. Trotzdem hat er das machen lassen. Bitcoin hat den Anspruch, Dr. Manhattan zu schlagen. Und jetzt, 15 Jahre, 16 Jahre später, ist BlackRock mit dabei. Die Hongkong-Gang ist dabei. Und da stelle ich mir die große Frage, ob nicht Dr. Manhattan eine große unbekannte Macht und uns verführt und mit uns spielt in Bitcoin. Okay. Weil all die Versprechen, die uns gegeben wurden, eine Alternative zu einem bestehenden Geldsystem, eine Alternative zu einem bestehenden Marktsystem zu geben, wurden nicht eingehalten, sondern ihn viel mehr verfestigt. Es gibt, wenn ich mir die Schere zwischen Arm und Reich angucke, wenn ich mir angucke, die Manipulation des Marktes, ist Bitcoin ein Werkzeug, der Große, ist ein Werkzeug von einem Dr. Manhattan, der mit uns spielt. Okay. Und das Spiel besteht darin, Menschen die Hoffnung zu geben, ein besseres Leben zu führen, indem sie dafür Geld zahlen. Die große Hoffnung nach Freiheit, die große Hoffnung nach Unabhängigkeit in der Zukunft, aber jetzt musst du dafür Geld bezahlen. Alleine schon das Absurdum, wir haben ein sehr gutes Ökosystem, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, trotzdem verkaufen sie ihre Scheiß-Coins gegen die Dollar. Und tut mir leid, ich glaube mehr an den Dollar, ich glaube mehr an die amerikanische Regierung, weil wenn jemand die amerikanische Regierung anpisst, ist spätestens zwei Wochen nicht mehr an der Macht und wird mit einem Tramper durch die Straßen geschleift. Das wird keiner der Bitcoin-Maximalisten machen. Wenn Bitcoin ein Problem wäre, ein systemrelevantes Problem, ein Problem, eine Alternative zu dem bestehenden Geldsystem, wenn das ein ehrensthafter Angriff an das große globale kapitalistische System wäre, gäbe es schon längst nicht. Wenn mir jetzt jemand sagt, aber die Zentralität, blablabla, der war noch nie in China, der weiß nicht, wozu Regierungen technisch in der Lage sind, was sie machen können oder nicht machen können. Und wenn es nicht technisch verboten werden sollte, sondern die Regierungen es verbieten, dann hat man auch sehr schön gesehen den Menschen von Tornado Cash, was mit den Leuten passiert. Also für mich ist Bitcoin einfach ein riesengroßes, also das gesamte Bitcoin-System, vieles der Krypto-Projekte, die an Bitcoin angeschlossen sind oder überhaupt in diesem ganzen Krypto-Game drin sind. Ein riesengroßes Enteignungsmechanismus. Und es wird der Tag kommen, wo die große Enteignung stattfindet, wo die großen liquiden Mittel, über die wir alle lachen und sagen, die Regierungen brennen so viel nach. Aber noch nicht an Weihnachten dieses Jahr. Nee, nee, ich halte mich an der Aussage von Martin Armstrong, Ende dieses Jahrzehnt, 28, 29 wird es kommen. Okay, aber bis dahin? Bis dahin werden wir alle Geld verdienen, bis dahin können wir Plusis machen, bis dahin ist es alles gut. Und viele der Coins sind an Bitcoin gekupft, wenn Bitcoin steigt, zieht er die anderen mit, ist alles wunderbar. Die Frage ist nur, wann hast du genug, wann steigst du aus? Und deswegen ist es wichtig, immer wieder die Gewinne mitzunehmen. Super. So, jetzt in einem deiner letzten Shorts auf Insta hast du jemanden, der gefragt hat, ich habe 10.000 Euro und will die anlegen, haben gesagt, kauf mal 20 Coins mit einer Market Cap von zwischen 10 und 100 Millionen. Ja. Also, einfach auskaufen und wie viele Leute, junge Leute das tun, einfach viele Jahre liegen lassen. Nein. 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 Ich muss noch was dazu sagen, um zum Beispiel mindestens ein Jahr um Steuerfreiheit zu verlangen. Ja. Wobei in einem Jahr bei Krypto, da kannst du zwischendurch schon mal 2x mitnehmen, da geht er wieder runter und dann nimmst du wieder 2x mit. Aber das ist nichts für Leute, die arbeiten gehen und am Wochenende mit ihrer Familie in den Park wollen. Die wollen da nicht drauf gucken. Aber du würdest sagen, bei dieser Verteilung, 20 Coins, 500... Einer macht's. Ja. Einer macht's. Du hast so jetzt 15.000 Follower auf Insta. Muss man ja mal so sagen, den TikTok-Account, das war nicht nötig, dass du den verkackt hast, aber hat mir Spaß gemacht, glaube ich, auch ein bisschen. Aber ist Geschichte. Die gucken abends, ich weiß nicht wie viele abends tatsächlich deine Shorts gucken, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie am nächsten Tag dann das machen, was du da gesagt hast. Blaze war jetzt mein Highlight. Selten. Vor allen Dingen, wie siehst du das denn? Wenn jetzt diese ganze Krypto-Community dir folgen würde und das machen würde, was du sagst, dann massakriert man sich doch gegenseitig. Dann verursacht man doch selber den Punkt. Ich funktioniere nur mit einer bestimmten Followermenge. Ab einer kritischen Masse macht der Content, den ich mache, auch keinen Sinn mehr. Okay, gut sieht das auch. Weil ich dann einfach zu viel bewege und all das mache, was ich eigentlich an der Ecke ankannte. Klar, ich kann jetzt immer noch Content machen, irgendwelche Projekte pushen, irgendwelche Projekte, Underdogs, wo ich sage, okay, diese Dinge sind geil, die Dinge funktionieren, das macht das gut. Okay. Bestes Beispiel, HONU MANGAFI, da bin ich ein großer Freund von, da kommen noch einige Updates auf uns zu. Das war das erste, was ich gekauft habe, als ich dich kennengelernt habe. Nicht viel, aber zehn Stück und die liegen da. HONU, HONU. Die laufen doch, oder? Ja, bei 40 habe ich gekauft, jetzt stehen sie bei 55 oder so. Das ist jetzt für den Zeitraum völlig okay. Genau, aber es ist immer mehr Ethereum wert, weil Ethereum ein bisschen gedippt ist, aber ist alles okay. Ja, so, darum geht es, damit es funktioniert. Ich denke, mir geht es auch in dem Content, in dem ich mache, den Pavianenhügel, dem man angehört, auch zu hinterfragen. Auch den Pavianen, der auf dem Hügel sitzt. Ich weiß nicht, wer sich dieses Bild vorstellen kann. Es gibt ja diese riesengroße Pavianenherde und es sind so unterschiedliche Pavianenclans, wenn man das so haben würde. Es gibt immer so den Pavianen, der mit dem dicksten Rotarsch. Aber der mit dem kleinsten Pimmel, muss man mal dazu sagen. Und genau der will ich nicht werden. Genau, der will ich nicht werden. Und genau darum geht es aber auch. Das System und viel wichtiger die Frage, um da vielleicht ein bisschen Philosophie reinzubringen, um da vielleicht auch ein bisschen Christentum reinzubringen, den Johannes, erkenne dich selbst. Weil alles, was wir tun, alles und damit inbegriffen das Wort alles, nicht dieses Profane alles, alles. Ich meine, unsere gesamte Existenz von der Geburt, vielleicht sogar von der Zeugung bis zu dem materiellen Ableben. Alles ist in uns und wir bestimmen und können mitbestimmen. Und das haben viele Menschen vergessen. Viele Menschen lassen sich von Äußerem verführen. Und traurigerweise, ohne meinen Followern dazu nahe zu treten, aber teilweise die, die mir sagen, das und das ist christlich oder unchristlich, gläubisch oder ungläubisch, im selben Zug ihre Existenz an den goldenen Ochsen verkaufen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in Religion abweiten. So eine Grundaussage von dir ist ja, im Moment geht es nicht darum, wie viel Nutzen Kunden irgendein Projekt hat, sondern es geht um rasieren oder rasiert werden. Ja. Also der Kurs eines Coins spiegelt nicht den Wert eines Projektes wider, sondern da wird gekämpft, jeder gegen jeden. So kommt mir das vor. Ja. Jetzt wenn du 7000 Follower in der UCC hast, kann man nicht die Kräfte bündeln und mal so ein Projekt, irgend so einen Bösen, mal so richtig pumpen und abkassieren? Ist verboten wahrscheinlich, oder? Morgen kaufen wir alle den und dann kaufen noch, und dann machen wir mal ein ordentliches Social Media dazu und dann kaufen auch noch viele dumme Amis oder wo auch immer sie herkommen. Ehrlich gesagt passiert das im Kreis. Es ist das Spiel. Es ist ein unregulierter Markt. Die EU versucht da gerade was zu machen. Und ehrlich gesagt genau damit spiele ich. Ehrlich gesagt, das ist ja auch die Absicht mit den Projekten, die ich zeige, genau diesen Effekt seicht zu erreichen. Das wissen aber meine Follower. Also ich hoffe, die verstehen, dass ich auch sage, okay, so funktioniert das Spiel. Es gibt aber klassische Gruppen, die genau darauf ausgelegt sind, zu sagen, okay, wir alle machen das jetzt mal. Wir pushen das jetzt mal. Sehr interessant ist es vor allem bei kleinen Points, die eine kleine Marktkapitalisierung haben und zusätzlich noch Hebelprodukte auf kleinen Börsen. Das kann schon schmackhaft werden. Schlussendlich ist es ein Kampf um Liquidität. Schlussendlich geht es darum, sich an dem anderen zu bereichern. Und schlussendlich endet es damit, ohne der konkrete Namen zu nennen, dass einige Influencer, die das erfolgreich oder halb erfolgreich gemacht haben, jetzt über sich selber stolpern und vor allem aus den eigenen Reihen exposed werden. Wo Leute, ich meine, du kannst einmal Leute verarschen, du kannst zweimal Leute verarschen, aber spätestens nach dem dritten Mal gibt es niemanden, den du verarschen kannst. Das ist auch so ein Gespräch, wo jetzt auch über, ich habe vorhin mit jemandem aus der Defi-Chain da, die Community gesprochen, mit dem Julian Hobbs, dem wird auch einiges an Bullshit angesagt, und da läuft es bei dem auch nicht gut. So, in keiner Form. Ist es, was es ist. Man hat aber auch natürlich positive Sachen, wie zum Beispiel bei GME GameStop und Roden Keaton. Also da wurde ja wirklich der große Kampf, dem großen Kapital angesagt. Da gab es gestern einen wahnsinnigen Aktienpunkt. Wieder, wieder. Aber die Trade Republic und andere Neonbrocker schließen da die Tore. Weil das Kapital ist nicht das Geld, das Kapital sind die Beziehungen, das Kapital sind die Banken. Das Kapital, die Leute sollen weniger sich über den Marxismus aufregen, alles den Marxismus in der Glänze zu bestehen. Blendet mal diesen ganzen sozialistischen, kommunistischen Bullshit mal aus und konzentriert sich auf die erste Hälfte des Buches des Kapital. Da begreift ihr, was ihr seid. Ihr seid ein verficktes Produkt. Ihr seid das Kapital eures Lebens. Fertig. Und das müsst ihr umwandeln. Das müsst ihr irgendwie schaffen, mit eurem zur Verfügung stehenden Kapital mehr liquide Mittel zu erzeugen, um auf dem Markt zu bestehen. Um da auf das Thema zurückzukommen, das ist auch das Kapital des Influencers sind die Follower, aber vor allem die zahlungswilligen Follower. Und ich rede da ganz offen drüber, weil damit meine Leute, die mir folgen, auch verstehen, welches Spiel da läuft. Die letzte Minute gehört dir auch noch. Gib uns einen Ausblick. Was kommt dieses Jahr noch? Was? Wetter? Also doch, ich habe was gelesen. Da hattet ihr ein Meeting, ein Videocall oder ein Online-Meeting in der CSF und da ging es um die Gründung einer Vermögensverwaltung nach deutschem Recht mit jemandem, aber es war ein offizieller Task in dem Protokoll von diesem Meeting. Darüber rede ich doch. Das kommt noch alles. Das wird noch alles getroppt, da wird noch mal alles aufgebaut. Schlussendlich kann ich nicht sagen, was das Wichtigste oder wichtig sein wird in der Zukunft. Das Wichtigste ist, heute und morgen ist einfach anhand der Fehler, die man tätigt, daraus zu lernen und beim nächsten Mal vermeiden sie zu tun. Und das ist immer. Schaut in euch. Erkenne dich selber. Das ist die Botschaft. Immer und immer wieder. Egal, was passiert. Dann kannst du dir immer Küsschen, Küsschen geben. Ja.